Du hörst den Biohacker-Podcast von Prime Estate. Kennst du das Gefühl, wenn du morgens aufwachst und sofort topfit aus dem Bett springst? Wenn du im Flow an einem Ziel arbeitest und dabei völlig die Zeit vergisst? Wenn du auch nach Feierabend noch genug Ruhe und Energie für dich, deine Freunde und Familie findest? Und am Abend entspannt und zufrieden in einen erholsamen Schlaf gleitest? In diesem Podcast zeigen wir dir, wie es dir fast jeden Tag so geht. Denn wir sind Prime Estate, we bring energy for life. Hallo! Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das wohl bekannteste Biohacker-Getränk überhaupt. Bulletproof Coffee. Wenn du uns schon etwas verfolgst, hast du sicherlich schon öfters mitbekommen, wie Janis, Gründer von Prime Estate, immer wieder von diesem Heißgetränk schwärmt. Und das aus gutem Grund. Du erfährst gleich, warum der Bulletproof Coffee auch unter vielen Promis so beliebt ist und wie man ihn zubereitet. Sogar eine vegane Variante ist möglich. Sei also gespannt. Liebst du Kaffee genauso wie wir von Prime Estate? Nicht nur die vielen gesundheitlichen Vorteile sprechen für ihn, sondern auch einfach sein ritueller Charakter und der pure Genuss beim Trinken. Tatsächlich hätten wir nicht gedacht, dass diese Leidenschaft für das Getränk nochmal wachsen könnte. Bis wir vor einigen Jahren den Bulletproof Coffee kennenlernten. Ein Gemisch, das erst vor einigen Jahren vom amerikanischen Biohacker Dave Asprey bekannt gemacht wurde. Der Geschichte nach wurde Asprey auf einer seiner Reisen durch den Himalaya von den Einheimischen ein Yak-Butter-Tee serviert. Die positiven Effekte dieses Gemisches hatten ihn so sehr beeindruckt, dass er beschloss, das Getränk nach der Rückkehr seiner Reise in die USA nachzubrauen. Nachdem einige Zeit an Experimenten und Verfeinerungen ins Land ging, gelang es ihm letztlich, das ursprüngliche Tee-Gemischrezept zu einer noch wirkungsvolleren Mischung zu optimieren. Asprey fand heraus, dass das Getränk seine höchste Wirkung entfaltet, wenn ein hochwertiger Qualitätskaffee zusammen mit Butter und MCT-Öl in einen Hochleistungsmixer gegeben und schaumig geschlagen wird. In den nächsten Minuten werde ich dir ganz genau erklären, was es mit jeder der Zutaten im Bulletproof Coffee auf sich hat, wie sie wirken und warum genau deren Kombination hunderttausende Menschen, darunter zum Beispiel auch Sänger Ed Sheeran, begeistern und zu kultartigen Fans des Getränkes macht. Ein Bulletproof Coffee hat zwei grundlegende Wirkungen. Zum einen erhöht er die Leistungsfähigkeit, indem er die Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit steigert. Zum anderen unterstützt er die Ausdauerfähigkeit des Körpers. In der Regel wird der Bulletproof Coffee am Morgen getrunken. Er ersetzt die Frühstücksmahlzeit und verhindert, dass schon morgens Kohlenhydrate zugeführt werden. Nach der Einnahme hält dich der Bulletproof Coffee für einige Stunden satt und versorgt dich bis zum Mittagessen mit hochwertiger Energie. Ein großer Pluspunkt ist, dass das Koffein durch die großen Mengen an qualitativ hochwertigem Fett nicht so schnell ins Blut aufgenommen wird. Dadurch entfaltet sich die Wirkung viel langsamer und hält deutlich länger an als bei einem normalen Kaffee oder Cappuccino. Durch das Meiden von Kohlenhydraten am Morgen zwingst du deinen Körper zudem, Fett zu verbrennen. Die Fette im Kaffee, besonders das MCT-Öl, dienen als Energiequelle für deinen Körper und dein Gehirn. Zusammen mit einer ketogenen Ernährung kannst du auf diese Weise ganz einfach abnehmen, ohne zu hungern. Viele Menschen berichten, dass sie morgens ohne Frühstück und stattdessen mit einem Bulletproof Coffee unglaublich produktiv und fokussiert arbeiten können. Viele Anwender nutzen den Kaffee, um die Fastenphase beim sogenannten intermittierenden Fasten zu erleichtern. Um diesen positiven Effekt erzeugen zu können, kommt es ganz besonders auf die Auswahl der Zutaten an. Die wichtigste Zutat in dem besonderen Kaffee ist das sogenannte MCT-Öl. Dies ist ein Öl, das aus mittelkettigen Triglyceriden besteht und bei hochwertigen Ölen aus Kokosöl gewonnen wird. Mittelkettige Triglyceride sind Fettsäuren, die ohne Umwege vom Körper umgewandelt werden und dich unmittelbar mit Energie versorgen. Wir empfehlen dir nur MCT-Öl aus Glasflaschen zu nutzen, da MCT-Öl in Plastikflaschen durch Weichmacher wie BPA verunreinigt sein kann. Soviel zur Theorie. Kommen wir jetzt zur perfekten Zubereitung eines Bulletproof Coffees. Die drei Zutaten sind hochwertiger Kaffee in Bioqualität, Weidebutter und MCT-Öl. Hochwertigen Kaffee findest du in der Regel im Biomarkt oder auch online. Am besten ist es, wenn der Kaffee aus einer Privatrüsterei stammt, Bioqualität hat und frisch geröstet ist. Die zweite Zutat, Weidebutter, stammt von Kühen aus Weidehaltung. Eine empfehlenswerte Marke ist beispielsweise Kerrygold. Die Milch für diese Butter stammt, genau wie bei unserem Primal Whey, aus Irland. Das Besondere an Irland ist, dass die Wetterbedingungen perfekt sind. Die Kühe können über 300 Tage im Jahr auf der Wiese stehen und liefern dadurch eine qualitativ sehr hochwertige Milch. Und dann die wichtigste Zutat, das MCT-Öl. Wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen möchtest, dann haben wir von Primal State das beste MCT-Öl für dich. Es hat auf Amazon über 1005 Sterne-Bewertungen und hat mittlerweile eine richtige Fanbase. Das Primal MCT-Öl gibt es bei uns im Shop oder auf Amazon. Wenn du also diese drei Zutaten und einen Mixer parat hast, kannst auch schon mit der Zubereitung losgehen. Hierfür bereitest du dir erst einmal einen Kaffee, bestenfalls in einer French Press Kaffeemaschine zu. Du brauchst ungefähr 250 Milliliter davon, die du anschließend in einen Hochleistungsmixer gießt. Dazu gibst du 1-2 Esslöffel Weidebutter und 1-2 Esslöffel MCT-Öl. Mixe alles ca. 20 Sekunden, bis eine homogene und cremige Flüssigkeit entstanden ist. Und fertig ist der Bulletproof Coffee. Wenn du ihn nach dieser Anleitung zubereitest und in einem Hochleistungsmixer wie z.B. dem Vitamix richtig schaumig schlägst, schmeckt das Getränk wie ein cremiger Latte. Einfach lecker. Doch Achtung! Auch wenn die Zubereitung so einfach ist, kommt es immer wieder vor, dass die ersten Versuche daneben gehen. Hier sind drei typische Fehler, die Bulletproof-Anfänger oft machen. Fehler Nummer 1 Kokosöl statt MCT-Öl benutzen Ein typischer Fehler ist der Austausch von MCT-Öl gegen Kokosöl. Kokosöl enthält zwar auch viele mittelkettige Fettsäuren, allerdings ist der Großteil dieser Fettsäuren die sogenannte Laurinsäure. In einem hochwertigen MCT-Öl kommen allerdings nur Capryl- und Caprinsäure vor, da diese vom Körper schneller verstoffwechselt werden. Aus diesem Grund ist es ausschlaggebend, dass du dir ein hochwertiges MCT-Öl besorgst, bevor es mit dem Bulletproof-Coffee losgeht. Der zweite häufige Fehler ist, keinen Mixer zu verwenden. Dieser Fehler ist tatsächlich gröber als viele denken. Der Mixer ist nicht nur für die cremige Konsistenz wichtig, sondern auch für die Entstehung von kleinen Micellen. Diese Micellen erhöhen die Aufnahme von Antioxidantien im Körper. Achte daher immer darauf, dass du den Butterkaffee in einem Mixer zubereitest. Und der dritte Fehler ist zudem ein absolutes No-Go. Zucker im Bulletproof-Coffee. Er ist wirklich der fahrlässigste Fehler bei der Zubereitung des Kaffees. Das Problem ist nämlich, dass der Zucker eine Insulinausschüttung im Körper auslöst und so die ketogene Wirkung des Getränks sabotiert. Zudem kann es gut sein, dass du dann schneller wieder Hunger bekommst und auch zum Abnehmen sind Zucker und Fett in dieser Kombination nicht wirklich förderlich. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, wie viele Kalorien so ein Fettkaffee hat. Und ja, er enthält natürlich durch die Esslöffel Weidebutter und MCT-Öl mehr Kalorien als ein normaler Milchkaffee. Mit 235 Kalorien sorgt er für geballte Energie. Doch keine Sorge, da wir den Bulletproof-Coffee als Frühstücksersatz trinken, fallen diese Kalorien nicht ins Gewicht. Wenn du diese drei Fehler vermeidest, steht deinem perfekten Bulletproof-Coffee nichts mehr im Weg. Wir kriegen übrigens häufig die Anfrage, ob es auch eine vegane Variante gibt und wie man diese zubereitet. Da die einzige nicht-vegane Zutat in dem Getränk die Butter ist, müssen wir diese ersetzen. Wichtig ist, dass wir dafür eine Zutat wählen, die eine emulgierende Wirkung hat und eine cremig-schäumende Konsistenz kreiert. Wir haben viel getestet und kamen letztlich auf die perfekte Alternative – Mandelmus. Du ersetzt einfach die 1-2 Esslöffel Weidebutter durch Mandelmus und das war's schon. Das Resultat ist wirklich super lecker und die Wirkung ist dieselbe wie beim Original. Auch wenn du nicht zu sehr auf Butter stehst, ist das vielleicht ebenso eine tolle Alternative für dich. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, du bist jetzt bereit für deinen ersten Schluck Bulletproof-Coffee. Wenn du die Anleitung dazu nochmal nachlesen willst, findest du einen ausführlichen Artikel in unserem Magazin, den wir dir in den Shownotes verlinken. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal! Das war der Biohacker-Podcast von Primal State. Hat dir diese Folge gefallen, dann gib uns jetzt eine Bewertung und abonniere den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Außerdem war das hier erst der Anfang. Auf unserer Biohacking-Plattform auf primalstate.de erwarten dich hunderte Fachartikel und eine Vielzahl einzigartiger Nährstoffmixe für mehr Energie am Morgen, Fokus auf der Arbeit, Entspannung im Feierabend und eine erholsame Nacht. Wir sind Primal State. We bring energy for life.